Rote Rosen Vorschau für Folge 3352 In einem Missverständnis mit Tina bekommt Britta den Eindruck, sie soll Louis Patentante werden. Britta wirft sich sofort voller Elan in die Organisation der Tauffeier, aber ausgerechnet Lilly bremst ihre Mutter aus, als sie das Missverständnis aufklärt. Nicht Britta, sondern Merle wird Patentante. Simon kann nicht damit umgehen, dass Ellen und David nun ein Paar sind. Allerdings ist es nicht die klassische Eifersucht, es ist das Gefühl, von seinen Freunden ausgeschlossen zu sein. Tatjana leidet unter Saschas Entscheidung, bei Andreas in Münster bleiben zu wollen. Auch ein Beschwörer in der Videocall ändert nichts. Jens ist auf der Suche nach einem neuen Werkstoff. Als Mona ihn mit Begeisterung und Hingabe bei seiner Arbeit sieht, verliebt sie sich einmal mehr an ihn und will nicht mehr warten. Sie will Jens auf der Stelle heiraten. Ein Hacker bringt das Buchungssystem im Hotel durcheinander und Amelie zur Weißglut. Niemand ahnt, wer hinter dem Hack stehen könnte. Einzig Paul beschleicht ein Verdacht, als er mit Gregor telefoniert.